Ja, 1.500 Zuschauer, es war wirklich schön. Es sind natürlich keine 12.000, aber ich glaube, das dauert einfach noch ein bisschen, bis wir da wieder hinkommen. Aber es war wirklich schön, mit Publikum zu springen. Wie gesagt, für mich ging es eigentlich eher darum, in den Weitsprung reinzufinden, mich da zurechtzufinden. Das ist mir auf jeden Fall gelungen und der Platz ist in Ordnung. Die anderen waren sehr gut, sie waren besser und von daher bin ich auch zufrieden mit einem dritten Platz.